hallo ihr lieben willkommen zu einem neuen video von mir heute gibt es mal kein unboxing aber ein video zum thema diamond painting denn ich kann nicht ständig immer neue bilder kaufen und ich mache sie gar nicht fertig ich komme momentan nicht hinterher ich habe über zwölf ungepaintete bilder da liegen die gemacht werden wollen und ich arbeite momentan an einem sehr kleinen 20 x 25 ein kleines hamsterbild da findet ihr auch fotos von auf meinem instagram kanal den ist der ist unten verlinkt da heißt ich rina nina jackson gibt es aber auch ein video hier auf youtube das kann ich euch auch gerne verlinken da habe ich das angebot da könnt ihr das einmal anschauen ja und ich habe halt wie gesagt mindestens noch elf oder zwölf oder noch mehr will da die noch gemacht werden wollen und die muss ich jetzt erstmal machen ich bestelle jetzt auch erstmal keine neuen mehr weil wohin damit ich habe überhaupt nicht so viel platz ich habe jetzt hier an diesem großen gearbeitet was ihr jetzt gerade seht das ist 65 x 65 cm groß und um dieses bild soll es hauptsächlich tatsächlich heute auch gehen ja ich würde sagen ich erzähle ich erst mal ein bisschen was für ein bild und dafür stelle ich euch ein bisschen hoch und zwar könnt ihr da oben sehen da steht diamond painting deutschland da habe ich sie mich tatsächlich auch gekauft das bild habe ich auch schon geanbaut das kann ich euch auch gerne unten verlinken und das bild habe ich bei einer anderen youtuberin gesehen und zwar bei der lieben nadine von der ich so gut wie jedes video schaue und ich fand das einfach total toll sie hatte das fertig sie hat das in einem fertigen video gezeigt wo sie die fertige bilder vorgestellt hat und ich fand das so klasse dass ich gedacht habe das musst du haben also wenn ich das so im shop gesehen hätte hätte ich mir das definitiv nicht gekauft weil es eigentlich nicht mein stil ist aber ich habe das gesehen und die farben sind einfach ein traum ich zeige euch wie das glitzert ich glaube das kommt an der kamera ganz gut rüber also es ist komplett fertig es ist auch mittlerweile versiegelt ich versiegelt alle meine bilder wie gesagt 65 mal 65 ich gebe euch einmal hoch ja und ich hatte mit dem bild ein kleines bisschen ein problem denn diese dunkle farbe dieses dunkelblau ich weiß gar nicht welche nummer das gerade ist diese steine waren total schlecht die hatten nasen bis zum umfallen das war so schlimm dass man da gar nicht richtig penden konnte dass ich dann auch erst mal andere farben gemacht habe und ich habe dann tatsächlich die nicole von diamond painting deutschland angeschrieben und habe sie gefragt ob wir was machen können weil das überhaupt keinen spaß mehr gemacht hat dieses blau zu penden und ihr seht ja das ist wirklich ziemlich viel da oben am kopf ist das hier unten das ganze stück und sie hat mir dann zurückgeschrieben und hat gesagt ja das ist kein problem weil die haben neue steine rein bekommen die viel viel besser sind und dann hat sie mir welche davon zugeschickt und die steine waren wirklich viel besser da ist fast kein ausschuss bei gewesen fast keine nasen dass ich hier wirklich richtig gut penden konnte das war richtig klasse und das fand ich richtig toll von ihr dass sie mir die kostenfrei zugeschickt hat und ich das bild dann auch weitermachen konnte ansonsten mit den anderen farben hatte ich sonst soweit keine probleme das weiß was ja auch relativ viel das ist kein richtiges weiß ist es also weiß creme farben damit hatte ich gar keine probleme die steine waren bis auf wenige ausnahmen wirklich gut da war die eine oder andere farbe bei die hatten halt ein bisschen nasen das war einer von diesen gelb tönen hier aber auch das ist ein ton gewesen da war nur wenig steinchen dabei die waren nicht so gut ansonsten waren die steine wirklich top also das bild hat ich weiß gar nicht mehr ganz genau ich glaube um die 30 euro oder 35 euro oder so um den dreh gekostet also wirklich nicht teuer für den preis wie gesagt 65 x 65 cm groß und ich habe jetzt anderthalb monate dafür gebraucht ich habe fast jeden tag gepaintet zwischen ein bis zwei stunden am wochenende samstags oder sonntags mal zwei bis drei stunden und jetzt ist es endlich fertig versiegelt der rahmen ist schon bestellt der wird jetzt nächste woche kommen und dann kann ich das bild ausschneiden und endlich aufhängen wer die videos zufällig von nadine kennt der weiß dass bei ihr das bild bandscheibenvorfall heißt weil es einfach so riesig ist und wenn man da wirklich an seinem schreibtisch sitzt und versucht hier zu pänken das funktioniert einfach gar nicht weil man gar nicht sieht was dahin muss und es ist einfach viel zu weit weg ich habe es dann erstmal so gemacht ich habe seinen teil hat wirklich im stehen gemacht habe mich hingestellt auf meinem schreibtisch hat mir meine erhöhung darauf gemacht und habe dann ein bisschen im stehen hier den mittleren teil gepäntet aber das war mir irgendwann zu anstrengend so dass ich tatsächlich das bild so weit auf meinem schreibtisch vorgezogen habe also durch den kleber ist das natürlich jetzt ein bisschen noch fester ich habe mir das einfach dann so gemacht dass das hier vorne runter hängen und ich dann quasi hier auf dem tisch painten konnte und das ging auf jeden fall besser als die ganze zeit da stehen weil das ist schon anstrengend bei der bildgröße ja ob ich mir noch mal so ein bild kaufen würde das ist die frage 65 x 65 cm ist schon ziemlich groß und wie gesagt dass in der mitte das war schon also bis hier ging es eigentlich und hier der ganze bereich das war echt schwierig das zu machen also habe ich noch mal machen würde weiß ich nicht unbedingt vor allen dingen man will es ja auch aufhängen für das habe ich jetzt auf jeden fall einen platz aber ja für die anderen ist das fraglich ich habe zwar noch ein großes da das ist ein meter zehn glaube ich lang aber das ist nicht so hoch das ist nur 40 oder 45 cm groß und ich habe noch ein großprojekt darauf warte ich noch das ist für meine mutter das ist ein meter 20 lang das ist 50 cm hoch aber 50 cm das geht noch also das sind jetzt 65 lasst das mal vielleicht bis hier oder so sein ist gar nicht seht ihr das ja also das wird auf jeden fall noch gehen von der höhe so dass man überall dran kommt ja wie gesagt das ist das bild die frau mit dem rücken und das sind meine erfahrungen gewesen mit diamond plant in deutschland also wirklich der kontakt zur nicole ist wirklich sehr sehr gut gewesen sie hat mir direkt ich habe auf facebook geschrieben sie hat kurze zeit später geantwortet und das war an einem samstag oder an einem sonntag sogar und ein zwei tage später hatte ich die steinchen schon da und das war wirklich also der service von diamond painting deutschland ist wirklich klasse das muss man ihr auf jeden fall lassen ja ich würde sagen falls euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über einen daumen nach oben freuen lassen wir gerne auch einen kommentar da und natürlich sagen ihr WITHIN Vielen Dank.